wenn ihr fragen habt wie es den toni geht man sieht er läuft schon bald ist er ohne krücken unterwegs aber er muss fleißig üben er ist ein bisschen faul er will auch diät machen aber kann es nicht sieht man ihn nicht an aber er ist ein bisschen dicker geworden ja dann gibt das auch zu schöne tage wünsche ich euch genau von uns allen hier ist noch mal unser alter kollege beni hotel von kumpe beach hier ist wieder der toni und weiter geht zu unserem büro hier seht ihr wunderbar leuchtet alles wetterbericht türkische fahne dann nehmen wir unseren geschenkartikel warenhändler jascha der optiker also wenn der optik braucht oder so erst zu uns und dann wir empfehlen weiter dann geht die straße hier hoch will das wie die residenz geschäfte und auf der anderen seite ist dann hier ja will das hotel das moment noch zu ist wie terrace und hane hier der neue wagen von toni ja er sieht aber kein aus war ein bisschen grün und da ist er wieder auf wiedersehen moin moin tschüss